Der April ist ein sehr launischer Monat und ich glaube, es ist der verrückteste Monat. Und es ist der Monat, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann, weil man weiß nie, was man kriegt. Manchmal scheint ihm die Sonne aus dem Arsch, manchmal gibt es Hagelstürme, nichts passt zusammen, nichts ergibt einen Sinn. So wie Kevin morgens auch niemals weiß, was ihn erwartet, wenn er aufwacht, neben mir. Ich bin sehr abwechslungsreich. Wie der April. Ich weiß noch, als ich ganz, ganz klein war, hat meine Mutter schon immer gesagt, wir können das jetzt nicht fest planen fürs Wochenende. Es ist April. April, April, der macht, was er will. In den letzten Monaten habe ich mich sehr, sehr viel mit dem Jahreszyklus beschäftigt und mit den einzelnen Monaten. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber in den damaligen Naturreligionen haben die Menschen die Gefühlslage des Menschen und die Energien, die so im Raume stehen, viel enger mit dem Jahreszyklus verknüpft. Ich habe darüber niemals nachgedacht. Ich wusste, dass ich einen weiblichen Zyklus habe, bedeutet, dass ich weiß, dass es am Anfang meines weiblichen Zyklus ist, ich ein sehr angenehmer Mensch bin. Und 20 Tage später stelle ich eine Gefahr für mich und andere Menschen dar. Und ich wusste auch, dass es einen Mondzyklus gibt. Darüber weiß ich aber nicht so viel. Worüber ich aber eine ganze Menge weiß, ist der Jahreszyklus der alten Naturreligionen, denn damit habe ich mich letztes Jahr extrem viel beschäftigt. Das liegt daran, dass es mich genervt hat, dass ich mich jeden Januar immer so scheiße gefühlt habe. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, welche Bedeutung beispielsweise der Januar im spirituellen Kalender hat. Bäm! Und auf einmal hat alles Sinn gemacht. Für mich auf jeden Fall. Was wir alle wissen, ist, dass der Januar für den Neubeginn steht. Das wissen wir aufgrund der Neujahrsvorsätze. Da gibt es die Leute, die im Januar aufhören wollen zu rauchen, ins Fitnessstudio gehen wollen und dann klappt das alles nicht und sie werfen das über Bord. Und dann gibt es die andere Personengruppe, die über die erste Personengruppe lästert, weil sie sagen, man braucht keine Silvesternacht als Anstoß dafür, um etwas zu ändern. Man kann das ganze Jahr lang etwas ändern. Und dem würde ich auch nicht widersprechen. Aber was ich sehr, sehr interessant fand, war, dass schon vor vielen Hunderten von Jahren die Menschen den Januar als Neubeginn gesehen haben. Und zwar auf energetischer Ebene. Also man soll im Januar auf das Jahr davor zurückblicken und reflektieren und schauen, was lief gut, was lief schlecht und daraus lernen. Und sich dann quasi einen Bauplan schaffen, was man sich für das nächste Jahr wünscht und wie man das angehen würde. Und welche Ziele man vielleicht erreichen möchte, ohne sich direkt eine 30-Tage-Frist zu setzen, in der man das schaffen soll. Sondern eine Vorstellung, was in den nächsten ganzen zwölf Monaten Schritt für Schritt passieren könnte. Das hat mir letztes Jahr wirklich sehr, sehr doll weitergeholfen und hat mir den Druck genommen und wahrhaftig dazu geführt, dass ich meine Ziele langfristig letztes Jahr besser angegangen bin. Anstatt kurzfristig zu versuchen, irgendwas zu reißen und dann total demotiviert alles in die Ecke zu schmeißen, weil der Mensch sich nun mal nicht über Nacht ändert. Und der April, also ich glaube jetzt gerade, haben wir jetzt schon April? Verdammt, ich sollte besser planen, weil meine Videos online gehen. Der April steht beispielsweise für die Veränderung im Außen. Bedeutet, im April ist die Energie unterwegs, die dir besonders viel Mut gibt, Dinge zu verändern. Letztes Jahr im April hatte ich endlich den Mut gefasst, loszureisen. Ich habe mit meinem Freund zusammen in einem WG-Zimmer gewohnt und wir sind irgendwie jahrelang nicht da rausgekommen. Und im April 2018 habe ich mich dann endlich getraut, dieses WG-Zimmer zu kündigen und auf Reisen zu gehen und quasi alles hinter mir zu lassen. Und ich habe dann zwar Monate später gemerkt, dass dieses Lebenskonzept nicht ganz so gut zu mir passt, aber hätte ich im April nicht diesen Mut geschafft, es äußere, also mein äußeres Leben zu verändern, dann würde ich jetzt vielleicht nicht in meiner schönen neuen Wohnung sitzen, sondern würde immer noch in einem WG-Zimmer wohnen und mit meinem Freund darüber diskutieren, wo und wann wir denn jetzt endlich umziehen, ausziehen. Ich habe so eine kleine spirituelle und esoterische Ader, ja, das bedeutet, ich bin natürlich offen für solche Informationen. Nichtsdestotrotz bin ich niemand, der irgendwie sagt, genau so ist das und weil diese Energien zu dieser Jahreszeit in diesem Raum mit diesen Geistern vorhanden sind, fühlst du dich so, wie du dich fühlst. Nein, so denke ich natürlich nicht. Mir ist bewusst, dass ganz viele verschiedene Dinge Einfluss auf unser Leben nehmen. Nichtsdestotrotz habe ich im letzten Jahr ein bisschen auf diesen Kalender geschaut und es hat mir wirklich sehr gut getan. Okay, ich bin ein bisschen unruhig, aber das Frühjahr steht ja auch für Veränderung und lass das jetzt einfach mal zu, das ist genau die richtige Zeit. Hör dir jetzt vielleicht mal den richtigen Podcast an oder das richtige Hörbuch oder renovier deine Wohnung, weil wir haben April und es ist angesagt, Veränderungen im Außen zu nehmen. Just saying. Auf jeden Fall ist all das wesentlich hilfreicher, als im Bett zu liegen und zu denken, ich hasse mein Leben. Ja, so habe ich das nämlich sonst immer gehandhabt. Als ich mich letztes Jahr auf jeden Fall das erste Mal mit dieser Thematik beschäftigt habe, habe ich das in einer Podcast-Folge erzählt und habe gesagt, wie ich quasi Frieden mit dem Januar gefunden habe und mich jetzt viel besser fühle und warum ich auf einmal mit dem Herbst besser klarkomme, wo ich sonst immer so Weltuntergangsgefühle hatte, weil der Sommer ist vorbei und jetzt stirbt alles und deswegen stirbt auch meine Freude. Ganz, ganz viele von den Zuhörern meines Podcasts fanden es super spannend und wollten mehr darüber erfahren. Und deswegen habe ich diese Informationen zusammengetragen und ich dachte, das interessiert vielleicht auch euch. Wenn ihr unten in die Infobox geht, dann findet ihr zwei Links. Der eine Link geht zu einem PDF. Da findet ihr so kurz und knapp, wofür halt jeder einzelne Monat steht. Oder ihr klickt auf den zweiten Link in der Infobox und der geht zum Kalender. Ich habe einen Kalender gestaltet, wo ich die Infos auch alle zusammengesucht habe und da findet man halt zu jedem Monat nicht nur, wofür der Monat steht, sondern auch, was für Gedanken aufkommen können, was für Ratschläge man da geben kann, worauf man achten kann und so weiter. Und auf jeder Seite zu jedem Monat gibt es halt kleine Illustrationen. Manche sind von mir gemalt, zwei oder drei sind von Marleen gemalt, das ist eine Zuschauerin von mir. Ein Bild ist auch von Kevin. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, ob es bei euch genauso ist. Also gibt es Zeiten im Jahr, wo es euch nicht so gut geht oder jedes Jahr nicht so gut geht? Gibt es Zeiten, wo es euch eigentlich immer gut geht? Oder gibt es besonders Zeiten, in denen eigentlich jedes Jahr alles gut ist in eurem Leben, ihr euch aber trotzdem irgendwie scheiße fühlt oder komisch fühlt oder total durcheinander seid? Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr seid süß, ihr seid klein. Auf Wiedersehen.